Hallo und herzlich willkommen bei RedDogGamble. Ich bin heute wieder auf die Jagdmachen Ticket und heute habe ich das Spiel Evolution 2. Ich glaube das Spiel habe ich selber noch gar nicht gespielt. Ich bin mir gar nicht so sicher. In der Black Legion, eine Unität von Professionals Soldaten ist die einzige Worte in der Maschine. Aber die Macht der Menschheit ist wunderschön. Die letzte Hoffnung ist Ares, ein Super-Soldier-Kreation-Projekt. Kapitän Blake standen als Volontär. Er hat die Fähigkeiten, die auf die Kürze des Krieges verhindern können. Die secretige Ares-Base ist tief hinter den Fähigkeiten. Und niemand erwartet die Marauderinnen der RedFace-Gang zu attacken. Wo haben sie ihre Informationen bekommen? Wer ist hinter den Fähigkeiten? Was kommt weiter? Was kommt weiter? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Ha! Interpaces! 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 Fire in the hole! Oh, but I'm talking to the camera. Oh, but I'm talking to the camera. Hmm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, okay Okay, okay Ah, das war also gerade nur ein Spiel Was würde ich gerade sagen, das war gerade das Endspieltutorial Okay, okay Okay, okay Auch hier Ich soll die Frau angekicken Okay, ist alles zurück Ah, die habe ich doch gerade schon, deswegen ist sie jetzt auch drei Okay, okay Okay Die Schlacht Okay, okay Okay, okay Ich brauche gleich ein paar mehr davon. Hauptquartier. Die Schlacht. 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 Hier ist noch ein Schiff. Ich muss noch ein... Untertitelung des ZDF, 2020 1 4 immer mit oder buchskampf kommt hier zu 24 prozent schaden besser wie gar nichts ich krieg einen neuen dazu es 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 Let the blood flow! 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 Das sieht aber nicht nur nach PVP-Schlacht aus. Das sieht gut aus. Was war das? Aber ist nur die erste Welle. Aber ich wollte doch die PvP Schlacht spielen. Oder muss man erst die machen, damit die PvP Schlacht frei ist? Was war das? 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 Und bleiben Sie! Was war das? Was war das? Go, go, go! Stufe 5, ja. Ok. Schneid zum nächsten Kampf. Oh, gut. Oh, Gott. Ja. Oh, Gott. Oh, Gott. Das war's. 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 ok für ursachte Schaden nur 31% ach so sein Partner also hab ich dann 69% gemacht Mensch bin ich gut gut das war das letzte was ich ausprobieren wollte pvp können wir nochmal hier durchgucken Nachrichten plum 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 Labor ah ist gleich fertig da noch mal kurz ab bereit gut gut medikit Forschung halbe stunde das wird gemacht da ist glaube ich so viel Spinnen habe ich gedrückt oder? das war einer das war einer könnte sein hier läuft auch ein Ausrufezeichen da ist da ist da ist ne da ist Na dann eben ich hier, verbessern 100 jemanden, die kommt eigentlich schon verbessert, was gibt es denn hier? Was ansonst? Gut, dann werde ich jetzt mal auf eingehen. Das Spiel ging so, war ganz okay, wird aber nicht zu meinen Lieblingsspielen gehören. Also dann, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.